Was ist gutes Wasser? Gutes Wasser ist lebendig, energiereich, allerfrischend. Eine Antwort hierzu gibt das Hachenei-Verfahren zur physikalischen Wasserbehandlung. Die Strömungsanlage 3L+. Die Strömungsanlagen wurden für Menschen entwickelt, die in der Natur an Gebirgsquellen und Bächen erfahren durften, wie gutes Wasser wirklich schmeckt. Und diesen Genuss auch im Alltag nicht mehr missen möchten. Dieses High-End-Gerät ist das jüngste Ergebnis aus jahrzehntelanger Wissenschaft und Forschung der Hachenei-Technik. Kein Vergleich zu Nachahmern. Durch die exakte Strömungslenkung werden feinst verteilte Wasserblätschen erzeugt. Es entstehen riesige innere Oberflächen. So wird aus ihrem Leitungswasser endlich wieder gutes Wasser. Sie spüren es. Dieses Wasser trinkt sich leicht und wie von selbst. Kein Völlegefühl, kein schweres Trinken, das man lieber vergisst. Auf Wunsch mit Sauerstoff und ganz sicher ohne Kohlenzäune. Bestes Wasser. Beliebend, frisch und einzigartig.